Zauberformeln gegen Würmer aus der siebenbürgisch-sächsischen Volksmagie Erster Zauberspruch Guten Morgen Prennessel, unsere Kuh hat Würmer, seien sie weiß oder rot, bis morgen seien sie tot. Der Zaubernde stellt sich beim Rezitieren der Formel vor Prennesseln. Diese Zauberformel wurde angewandt, wenn Kühe unter Würmern litten. Angesprochen wird die Prennessel. Diese wird als Heilkraut in der Naturheilkunde auch heute noch als Wurmkur eingesetzt, um Darmparasiten zu entfernen. Die zweite Zauberformel Guten Morgen, Herr Zwergholunder, wie geht es euch? Unser Schwein hat Würmer, weiß oder rot, bis morgen sind sie tot, sonst geht es euch an den Kopf. Diese Zauberformel wurde angewandt, wenn Schweine unter Würmern litten. Für die Durchführung des Zauberspruchs wurden drei Zwergholunder Pflanzen gesucht, von denen die mittlere den höchsten Wuchs aufweisen muss. Diese wird in der Zauberformel direkt angesprochen. Die Wahl des Zwergholunders erfolgte nicht zufällig. In der Heilkunde wird die Pflanze aufgrund ihrer schweißtreibenden, wundheilenden, abschwellenden und abführenden Wirkung verwendet. Dritte Zauberformel Diese Zauberformel wurde angewandt, wenn Menschen unter Würmern litten. Die Formel muss dreimal vor Sonnenaufgang und dreimal nach Sonnenuntergang rezitiert werden. Durch das Rückwärtszählen soll die Zahl der Würmer vermindert werden, bis letztendlich am Folgetag alle Würmer verschwunden sind. Jetzt noch eine kleine Bonusformel. Diese Zauberformel stammt aus dem Buch von Prof. Dr. Heinrich Manzel mit dem Titel Unsere Heilpflanzen, ihre Geschichte und ihre Stellung in der Volkskunde aus dem Jahr 1938. Da es sich um einen Bericht über einen siebenbürgig-sächsischen Zauberspruch handelt, habe ich die Formel hier als Bonus angefügt. Man sucht zwei Stängel-Zwergholunder, die aus einer Wurzel entspringen. Diese spricht man an. Guten Morgen, ihr zwei Brüder, wie geht es euch? Hierauf nimmt man ein Messer und berührt abwechselnd mit jedem Wort erst den einen, dann den anderen Stängel. Dabei spricht man, Der Stängel, der beim letzten Wort berührt wird, wird abgeschnitten und in den Rauchfang gehängt. Sobald dieser vollständig vertrocknet ist, soll auch das Tier frei von Würmern sein. Dies war meine Vorstellung von Zauberformeln gegen Würmer aus der siebenbürgig-sächsischen Volksmagie. Falls euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, so würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.